Ich hab ganz schön losgejammt, Junge. Jeder von euch im Stream weiß, wie Lügen, 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 Lügen funktioniert. Wir lügen uns gegenseitig an und versuchen herauszufinden, was der andere im Hintergrund beschreibt und müssen dabei herausfinden. Lügt derjenige mich an oder beschreibt er mir gerade die Wahrheit? So einen großen Schau... Okay, das Ganze ist ein bisschen anders, als wir das das letzte Mal bei mir gezockt haben. Das ist die Advanced-Version, die wir dann bei GAMBO in der zweiten Folge schon gemacht haben. Ähm, wo quasi Sachen vorbereitet sind, die wir nicht kennen, um das Ganze nochmal auf Next Level zu heben. Und ihr könnt mitzählen, ihr könnt mitraten, ihr könnt mitlügen, ihr könnt... Ihr lügt mich eh immer an. Loll, ich hab 69 Kills. Ist es weihnachtlich mit der Mütze heute? Ich hoffe, das ist die Weihnachts-Edition. Nach Weihnachten. Ähm, äh, ich kann gerne anfangen. Aber ich weiß jetzt... Ich drück dann auf meinen Knopf, oder? Ja, drück auf deinen Knopf. Ach, das ist der Sieger. Ja, gut, dann hab ich ja jetzt... Oh Gott! Oh Gott! Nikolos hat mir grad was geschrieben. Darfst du der Server gleich wieder abschmieren? Du schon so seufzt, Alter. Du darfst übrigens nicht in den Livestream gucken, aber... Nee, nee, nee. Hab ich nicht. Da ist ein riesiger... Wirklich. Ich schwör dir. Da ist so ein großer Hebel hinter dir. Jetzt. Da ist ein richtig fetter Hebel hinter dir. Hä, wie denn? Also ist da einfach so ein Minecraft-Hebel? Ja, so ein Minecraft-Hebel. Den haben die nachgebaut. So ein richtig dicker Hebel. Okay, woraus ist denn der? Der besteht aus Holz. Unten hat er so ein Steinfundament. Also ist an die Wand. Quasi ist wie so, wenn du den Hebel an die Wand platzierst. Und die Zwischendinger und der Rahmen sind aus Holz. Naja, was sagst du? Lüge ich dich an oder sag ich die Wahrheit? Ja, du lügst dich an. Ah, okay. Der Hebel-Insider ist noch zu frisch dafür. Soll ich mich umdrehen? Ja, ich bin so aufgeregt. Dreh dich um. Wird es automatisch 8, wenn du den Hebel drückst? Das kann sein, ja. So, wir haben da so ein kleiner, ich denke, das ist so ein Mini-Berg. Das soll so diese König-der-Löwen-Dings darstellen. Gehe ich mal von aus. Da bin ich nämlich oben in so einer Lederrüstung. Und du bist da als Small-Baby. Und ich halte dich so hoch. Und du hältst mich so hoch. Ja, ja. Und das ist mit so Figuren gemacht. Mit so, mit diesen... Ja, ja, genau. Diesen Holzstäbchen-Figuren. Du lügst mich nicht an, ist die Wahrheit. Die Wahrheit? Ja, ist die Wahrheit. Bist du dir sicher? Bin ich mir ganz sicher. Ich bin zu unkreativ für sowas, oder? Hakuna Mabupi, Alter. Oh, Junge, du hebst mich so hoch, Alter. Ich höre dir, das war zu kreativ von deiner Seite aus, als dass das gelogen sein könnte. Ja, das stimmt, aber... Du bist so unkreativ, dass du dir niemals, niemals so etwas hättest ausdenken können, Alter. Hey, 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 Fehler können passieren. Regie schneidet das raus. Warte mal, das muss ich mal kurz durchlesen. Das sind so zwei Figuren, wir kommen uns näher. Und es ist... Stinky-Liebe. Da ist ein Herz im Hintergrund. Wir kommen uns so näher. Wir wollen uns so in den Arm nehmen. Ach, laufen wir so aufeinander zu? Wir laufen aufeinander... Aber es sind keine Rüstumstände. Hä, okay. Wir laufen aber aufeinander zu. Wie werden wir dargestellt? Äh, diesen Schleifstein. Kommen wir uns so näher. Und zwischen uns hat es einfach... Du bist am Anfang noch hingegangen, um was durchzulesen. Ich sag, du sagst die Wahrheit. Wenn du dir sicher bist, dreh dich um. Endgültige Antwort. Oh, ja! Was? LOL! Hast du dich geschafft, umzudrehen? Ja. Der ganze Route ist, glaube ich, wieder gecrashed. Das Einzige, was mich hier noch hält, ist die Schwerkraft. Oh ja, Ihre Technik-Support-Anfrage wird sofort verarbeitet. Vor allem, wie sich unsere breiten Hüften... Diese Schenkel! Diese... Diese Schenkel! Okay, kannst du auch machen. Bist du ready? Mach auf. Dann auch. Ich bin ready. Ich bin's. Lendenwirbel, ich bin bereit. Ähm... Ich bin mir ziemlich... Ja, ich denke, das ist sogar derselbe. Ja. Erinnerst du dich in der Lobby noch, ähm, an den Weihnachtsbaum? Es ist ein Fragezeichen hinter mir. Soll ich noch kurz mitspielen? Okay, ja, ich erinnere mich an den Weihnachtsbaum, Gambo, ja? Ja, und ich denke, das steht hinter dir. Achso, und der Weihnachtsbaum steht hinter mir. Ja. Okay, gut, ich sag, es ist ein Fragezeichen. Ich dreh mich um. Was? Oh mein Gott! Nein! Oh, easy! Punkt für dich. Ah, okay, ja, es ist eine Skyblock Chaos-Anspielung. Okay. Wir beide an einem Cobblestone-Generator. Komm uns näher. Warum willst du uns immer näher kommen? Wegen deinen geilen Schenkels-Anspielern. Und, oh, jetzt gerade haben wir uns geküsst sogar. Ich glaub's dir. Weil wir hatten oft Schweine da. Wir sind uns auch näher gekommen. Oh, je, Junge. Nein. Da war so ein großer Generator. Was ist das so ein großer Generator? Alter. Wie haben die die Villager da drauf bekommen, ey? Ich höre, das sieht so mega verstürmt aus, Alter. Mit meiner Nase. Ja, ja. Wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Ich hab so einen großen. Du bist noch auf der anderen Seite. Du bist bei mir auf der anderen Seite. Ja, aber wir gehen nachher jetzt auch zu dir. Ja, da bin ich aber auch schon. Hä? Ja, der Server schmiert schon wieder ab. Ist denn mit den Leuten los? Hier schreibt einer, ich heiße Johannes. Und danach schreibt er mich direkt wieder als... Als Nutzer wurde gesperrt. Ganz einfach. Ganz easy. Logo suchst du Twitch-Mods? Ja, jetzt mittlerweile wieder. Weil die Hälfte meiner Twitch-Mods ist spontan verstorben. Jaja, jetzt machen wir alle mal Klatsch-Klatsch. Klatschi-Klatschi! Oh, fuck! Ja! Äh, Aussage. Fragezeichen. Aussage-Fragezeichen. Okay, ich drehe mich um. Ja! Ich hasse dich! Ja! Junge, ich schwör dir, noch eins. Junge, wirklich, wieso kriegst denn du die geilen Sachen, wenn auf meiner Seite eine Scheiß-Stage nach der anderen, eine Stage nach der anderen, kommt eine Scheiß-Kacki-Anspielung und dann soll ich dich verarschen und soll dir erzählen, dass dort irgendwas anderes steht. Wirklich. Und da steht Stinky mit ganz vielen Schildern drauf. Wirklich, du kriegst den Weihnachtsbaum und dieses kreative Ding. Und meine Stage besteht so aus fucking Kacki! Aus fucking Stinky! Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich sag, dass du die Wahrheit sagst, dreh mich um und freu mich. Oder ich sag, dass du lügst und hab unfassbar Schiss vor dir, dass du dich so krass fake aufregen kannst. Und ich sag, du sagst die Wahrheit. Ja, sag ich auch. Dreh dich um. Finale Antwort. Ich hasse dich! Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Hä? Hast du das vorher geprobt? Das ist doch geistig krank! Ich bin sofort wieder. Ich bin gleich wieder da. Oh mein Gott. Oh, Junge. Ich gehörte nicht mehr auf mein Leben klar, Alter. Ich weiß nicht, was für eine Art von Club das sein soll. Aber ich denke, das ist so ein richtig weirdes Zeug. Oder ist es eine Performance? Also, du stehst hinter so einem DJ-Puls. Und ich denke, bei dir ist es auch Wasser, weil du bist auch am hüpfen. Und ziehst da so eine Performance durch. Schön mit Lichtern und Boxen und alles schön drum und dran. Ja, ich glaube immer, du sagst mir die Wahrheit. Sehr gut, dann darfst du dich jetzt umbringen. Der Server laggt doch zu 600% nur, weil die hier überall diese Figuren gemacht haben. Ja, wir spielen gerade Skyblock. Und du fällst ins... Ne, ich falle ins Nichts. Und... Eigentlich ist das total die dumme Darstellung. Wir spielen nicht Skywars. Wir spielen Badwars. Junge, wir spielen f***ing Badwars. Und du stehst da so vor deinem Bett. Im richtigen Berserker-Mode. Hast dein Bizeps so... So... Bäm. Bäm. Ich bin's. Bäm. So, und ich falle halt runter, weil ich so... Keine Ahnung, weil ich einfach nicht fastbridgen kann. Da ist so eine große Insel im Hintergrund. Eine Million Prozent. So eine große Insel. Ey, nein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er wirklich eine Etage tiefer geht. Du hast doch schon eingeloggt. Stimmt. Ich hab die Wahrheit gesagt. Zu meinem Leben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Pokémon ist. Um ehrlich zu sein, ich bin bei Pokémon nicht so ganz drin. Aber es ist auf jeden Fall ein Drache. Es ist ein Drachen mit so... Orangenen... Ähm... Es ist ein orangener Drache mit so einem blauen Innenflügel. Ich bin mir nicht echt... Also ich weiß es wirklich nicht, ob es ein Pokémon ist. Ich bin da nicht so in der Materie. Aber es ist auf jeden Fall ein Drache. Du verarschst mich. Da ist ein Fragezeichen hinter mir. Dann dreh dich um. Er dreht sich wirklich um. Und wenn ihr gehihihit habt und gehahahat habt...